Wie geht's dir? Gut. Hast du jetzt Hypnose erfahren? Wie war das für dich? Wie hast du vorher gedacht, dass Hypnose ist? Und wie denkst du jetzt über Hypnose? Du kennst jetzt beide sogar vorher und jetzt. Was ist der Unterschied? Vorher habe ich mir wirklich gedacht, dass man bei Hypnose gar nichts mehr mitkommt. Ja. Ist aber nicht der Fall. Also man ist einfach real da, bloß dass man total runterfährt. Also total in sich hineinfällt und einsehnt. Ja. Also nicht negativ. Ganz angenehm. Ganz angenehm. Ganz angenehm. Hättest du in dem Zustand die Augen aufmachen können, wenn du wolle hättest? Ja. Hättest du aufstehen und gehen können, wenn du wolle hättest? Warum hast du es nicht gemacht? Ja, weil ich so entsprochen war. Dass du entspannt hast? Ja. Das ist so ein Zustand der tiefer Entspannung. Hast du da irgend so etwas wie Wärme oder Schwere oder schöne Gefühle wahrnehmen können? Schöne Gefühle, Schwere auf alle Gefühle und die Wärme auch. Also alles drei eigentlich. Super. Kannst du es euch empfehlen? Ja. Genau. Toll. Danke. Ja, Mann. Ja, Mann.